Le travail, die Arbeit, les devoirs, die Hausaufgaben, la Pause, die Pause, le Journal, die Zeitung, ranger, aufräumen, inviter, einladen, acheter, kaufen, rier, lachen, apprendre, lernen, parler, reden, dormir, schlafen, tous les jours, täglich, a partir de, ab, de 4h à 5h, von 4h bis 5h, le vélo, das Fahrrad, les cadeaux, das Geschenk, le mois, der Monat, le couple, das Paar, la Fête, die Party, le voyage, die Reise, le Sport, der Sport, le vin, der Wein, penser, denken, juger, meinen, Fini, fertig, interessant, interessant, long, lange, ennuyeux, langweilig, Vendredi dernier, letzter Freitag, dernière année, letztes Jahr, semaine dernière, letzte Woche, pour, für, une fois, deux fois, einmal, zweimal, ammonlausi, on compelling, June 1945, 1 bis 1,2 bis 8h, 2019, 2 bis 10h, 20h, 20h, 21h30, ля-1 bis 8h, 22h5, 20h30, 0.45,